Es ist wieder Montag und ich hoffe doch sehr, dass ihr euch auch auf eine neue Video-Woche freut. Ich lege heute nämlich los mit einem Food Haul. Also, wir sehen uns gleich. Ich habe also meine Woche jetzt mit Einkaufen begonnen. Ich bin in den Bioladen rein und sofort kam mir in den Sinn, ich brauche ein neues Olivenöl. Und zwar hatte ich letzten Sommer eines mit Zitrone und ich habe gehofft, dass ich das Olivenöl wieder antreffe. Ich hatte das mal in so einer kleinen Kennenlerngröße und es hat sich perfekt, aber einfach nur perfekt in Guacamole gemacht. Und zusammen mit Avocado esse ich das so gerne. Die Avocado hat für Milch nicht genügend Fett. Da muss noch ein bisschen Olivenöl immer ran, damit das Ganze schön geschmeidig ist. Und mit einem Hauch Zitrone in Kombination mit Avocado finde ich das Öl klasse oder gerade für Salate. Und zur Zeit essen wir hier wieder, ja, mehr grüne Salate und ein Olivenöl mit einem Hauch Zitrone oder mit Lemon oder mit einem Hauch Orange. Das liebe ich über alles. Also eingekauft und ich freue mich sehr auf meine nächste Guacamole. Und wenn man eine so lange Zeit am Olivenölregal verbringt, dann springen einem die Essigsorten ja auch so ein bisschen ins Gesicht. Und ich habe auch einen neuen Balsamico-Essig gekauft. Mein Alter war alle und der war einfach nur ein Gedicht. Den habe ich geschenkt bekommen. Das war einer der edelsten Sorte. Mir war schon klar, ich brauche sowas ähnliches, möchte aber jetzt nicht unbedingt 30 oder 40 Euro für einen Balsamico-Essig ausgeben. Aber mein Gaumen ist jetzt durch dieses tolle Gastgeschenk echt ein bisschen verwöhnt. Kennt ihr das, wenn man einmal so was Leckeres geschenkt bekommen hatte, was man sich selber selten in dieser Form so gönnt oder so kauft, weil man einfach findet, das muss nicht unbedingt sein. Aber es schmeckt dennoch sehr anders als die anderen. Naja, egal. Ich werde mit diesem Essig, den ich gekauft habe, hier wunderbar auskommen. Der sieht klasse aus. Ich habe ihn im Geschäft auch probiert, weil dieses Mal konnte man so ein bisschen dippen mit Weißbrot. Da bin ich sofort immer dabei. Und der hat mir gut gefallen und der wird mir garantiert sehr gut schmecken. Jetzt habe ich wieder tolles Öl und tollen Essig und kann damit so richtig in der Küche loslegen. Und wir machen hier Müslis morgens rauf und runter. Die Kinder essen zur Zeit sehr viel Haferflocken, Dinkelflocken, Buchweizenflocken. Momentan sind wir da morgens ganz gut dabei und ich finde morgens Müslis essen super, weil es geht auch schnell. Man kann es schnell zubereiten und jedes Kind ist ja eh was anderes gerne und dann kann man so die individuelle Müslimischung jedes Kindes mit verschiedenen Flocken zubereiten. Deswegen habe ich Haferflocken und Dinkelflocken gekauft. Die Geschmäcker sind hier total unterschiedlich und jedes Kind hat so sein eigenes Lieblingsmüsli. Deswegen dürfen hier die Flocken nie ausgehen, jedenfalls zur Zeit nicht. Wir essen jetzt morgens zum Frühstück ein bisschen weniger Brot, dafür irgendwie mehr Müslis. Das sind immer so Essensphasen, die auch die Kinder haben. Auf jeden Fall Dinkelflocken und Haferflocken eingekauft. Und für diverse Soßen, aber auch für Salatdressings, habe ich so einen Asia-Nussmix gekauft. Das hatte ich auch schon mal und ich war sehr begeistert. In den letzten Wochen und Monaten habe ich vermehrt Sesammousse verwendet oder Mandelmus, gerade auch für Soßen. Aber ich hatte mal wieder Lust auf einen anderen Geschmack. Mit so einem Nussmousse kann man wirklich tolle Soßen herstellen. Und gerade wenn es so ein Nussmix ist, gerade wie dies hier in der asiatischen Art, dann kann man das wunderbar natürlich für die asiatische Küche verwenden. Aber auch, wenn man ansonsten mal mit Koriander kocht oder auch eben Salatdressings selber macht. Da ist dieses Nussmousse super für geeignet. Ich finde es auch noch einen Tick besser als immer nur Mandelmus. Manchmal braucht man eben so eine kleine Geschmacksvariation. Und Salatdressings und so einer leichten Nussnote sind genau meins. Und mein Mann mag das auch sehr gerne. Und deswegen musste ein Nussmousse auf alle Fälle mit. Mein Mann hatte neulich Hunger abends. Und er sagte, Mensch, ich habe aber heute auch keine Lust auf Brot. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass er eine Pizza bestellen soll. Das wollte er aber irgendwie auch nicht. Und er hat so geguckt nach dem Motto, okay, kannst du mir helfen? Oder kann ich mir irgendwie schnell mal was machen? Ich war aber irgendwie andersweitig beschäftigt und hatte gar keine Lust, richtig zu kochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, fürs nächste Mal weiß ich schon, was ich dir hole. Nämlich dieses Risotto hier. Das habe ich immer ganz gerne im Haus. Gerade wenn man mal so einen Tag hat. Ich habe die Tage auch öfter, wo irgendwie viel Arbeit ist. Und wo die Tage irgendwie ganz voll sind. Und man trotzdem lecker essen möchte und sich schon ausmalt, Mensch, sowas wäre toll oder sowas wäre toll. Und Risotto finden wir hier richtig cool. Mögen wir alle hier gerne und kochen wir hier auch oft. Aber braucht eben auch ein bisschen Zeit und braucht eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also einer muss zum Kochtopf gehen oder zum Thermomix. Und muss das zumindest mal alles zusammenschmeißen. Und dieses Risotto, das hatte ich auch schon öfter. In verschiedenen Sorten. Und das habe ich meinem Mann jetzt eingekauft. Weil hinten drauf ist eine genaue Packungsanleitung. Das geht ganz einfach. Das kann man sich dann eben mal so in den Kochtopf schmeißen. Ohne groß darüber nachzudenken. Also ohne ein Rezept zu lesen. Oder ohne irgendwie da so ein Küchenbrumburium zu machen. Er fand es total gut, weil er mag gerne Risotto. Und wenn man sowas im Haus hat, falls man mal kein Brot essen möchte, dann steht es jetzt bereit. Aber wahrscheinlich werde ich diejenige sein, die sich das als erstes zubereiten wird. Weil wenn ich sowas im Hause habe, dann mache ich es mir natürlich auch ganz gerne bequem. Deswegen habe ich da gleich zwei Packungen von mitgenommen, damit wir auch was im Hause haben. Wenn wir so überhaupt keine Lust haben, irgendwas zu machen. Und ich habe in letzter Zeit gedacht, ich bin gewürzmäßig ganz gut drauf. Aber nein, überhaupt nicht. Ich habe ein neues Kaffeegewürz im Regal entdeckt. Und ich habe beschlossen, dass ich das unbedingt brauche. Ich finde Kaffeetrinken ja unheimlich gemütlich und sehr lecker. Und ich zelebriere meinen Kaffee hier täglich. Das heißt nicht, dass ich übermäßig viel Kaffee trinke. Aber wenn ich Kaffee trinke, dann muss das richtig gut sein. Und dann muss das auch wirklich sitzen. Jedenfalls geschmacklich. Und da ich auch gerne ein paar verschiedene Nuancen reinbringe. Ich trinke sehr gerne Zimtkaffee. Ich trinke aber auch mal gerne einen Eiskaffee. Aber ich würze mir meinen Kaffee auch gerne. Manchmal ein bisschen mit Kurkuma. Manchmal mit Kardamom. Manchmal nur mit Zimt. Kommt auch so ein bisschen drauf an, worauf ich morgens Lust habe oder nachmittags. Und gerade mit Gewürzen kann man ja in einer Gewürzmischung unheimlich gut spielen. Und ich bin gespannt, wie dieses Kaffeegewürz ist. Ich konnte schon mal so ein bisschen dran riechen. Aber ich konnte es leider nicht probieren. Aber ich bin mir sicher, es wird mir gut gefallen. Und so ein tolles Kaffeegewürz, ich finde, da kann man auch gut mit Gästen mal überraschen, wenn man so einen kleinen Cappuccino serviert oder einen kleinen Kaffee, dass man den so ein bisschen abwandelt mit Gewürzen. Das kommt meistens gut an. Und ich bin auf den Geschmack sehr gespannt und neugierig. Und wenn ihr mögt, dann werde ich auf jeden Fall berichten. Im Bioladen waren die weißen Bohnen im Angebot. Die Angebote des Bioladens verfolge ich immer sehr genau auf der Webseite. Weil wer Bio kauft, der gibt meistens natürlich auch immer etwas mehr Geld aus. Und wenn man etwas sparen kann oder ein kostengünstigeres Produkt haben kann, dann bin ich immer sehr gerne mit dabei. Ich habe gelesen, weiße Bohnen sind also im Angebot. Kommt mir sehr recht. Wenn ich weiße Bohnen höre, dann denke ich sofort an meinen mediterranen Bohnensalat. Das ist einer meiner allerliebsten Salate. Den mache ich schon seit 10 Jahren, glaube ich. Und der ist sehr einfach und sehr lecker. Ich packe euch das Rezept mal in die Infobox. Und der ist super geeignet. Wenn ihr auch irgendwann wieder anfangt zu grillen oder wenn man irgendwie schnell was machen muss, weil Gäste kommen. Oder man will was Tolles machen für die Lunchbox. Und gerade Bohnen, finde ich, macht man irgendwie viel zu selten. Hülsenfrüchte finde ich persönlich sehr attraktiv für meine Ernährung. Ich esse sie auch häufiger. Aber trotzdem verliere ich sie manchmal so aus dem Blick, dass ich es wieder sagen muss. Hey, mach doch mal wieder eine tolle Suppe mit Hülsenfrüchten oder mach doch mal wieder einen Linsen- oder einen Bohnensalat. Auf jeden Fall. Weiße Bohnen stehe ich drauf. Auch mit Tomatensauce mag ich das gerne. So auf eine griechische oder mediterrane Art und Weise. Auf jeden Fall fällt mir zum Stichwort weiße Bohnen jede Menge ein. Aber jetzt erst mal der mediterrane Bohnensalat. Und ach, ich freue mich schon drauf. Und wie jede Woche Bananen. Es ist sehr wichtig, Bananen im Haus zu haben. Ich kaufe sehr gerne auch die überreifen, weil die meisten Bananen landen doch bei uns im Smoothie. Natürlich werden auch Bananen manchmal gerne mehr zur Schule genommen. Und vor allem ich, wenn ich zum Beispiel richtig früh zum Stall fahre. Manchmal muss das ja sein, wenn mein Mann irgendwie um 9 Uhr morgens los will und den Wagen braucht. Dann muss ich mir irgendwie ausrechnen, wie ich das mache. Und wenn ich am Nachmittag noch arbeiten muss, das ist wenig Zeit, dann fahre ich richtig früh morgens zum Stall. Das heißt, ich fahre hier um halb sieben los. Und das muss dann manchmal so ein bisschen schneller gehen. Für einen Kaffee und einen Tee zu mitnehmen reicht die Zeit meistens. Aber ich schnappe mir dann sehr gerne zwei Bananen. Eine esse ich auf der Hinfahrt und die andere esse ich auf der Rückfahrt. Und gerade am ganz frühen Morgen habe ich manchmal auch nicht so Lust, was zu essen. Das beobachte ich bei mir jetzt immer öfter. Wenn es vor sieben ist, dann bin ich manchmal einfach noch nicht so weit. Und dann finde ich Bananen sehr bekömmlich und habe ich erst eine kleine Grundlage, wenn ich auch einen Kaffee im Auto trinke. Und jedenfalls essen meine Kinder auch sehr gerne Bananen. Und ja, die kaufe ich immer gerne ein. Und umso kleiner sie sind, umso lieber kaufe ich sie. Und natürlich müssen auch neue Süßkartoffeln her. Ich habe vor, in nächster Zeit mal wieder Süßkartoffelpommes zu machen. Wir haben die neulich mal wieder in der Stadt gegessen, in einem Burgerladen. Und die Kinder meinten sofort, oh das musst du aber auch mal machen. Und dann habe ich geantwortet, das habe ich aber auch schon öfter mal gemacht. Und dann haben die Kinder mich angeguckt, ja, okay, dann mach das doch mal wieder. Und natürlich, Süßkartoffelpommes sind genial. Gerade mit Kräuterquark oder mit irgendeinem anderen Dip. Meine Kinder essen das am allerliebsten. Mit Ketchup, ist ja klar. Auf jeden Fall habe ich viele Süßkartoffeln gekauft, damit wir hier uns alle satt essen können. Und mein Mann hat es schon gesagt, er macht auch mit. Also gibt es demnächst Süßkartoffelpommes. Und dazu braucht man natürlich Süßkartoffeln. Und auch ein beliebtes Gericht, was ich sehr gerne mache, wenn ich ganz wenig Zeit finde, ist Milchreis. Den bereite ich dann meistens so zwischendurch irgendwie zu, wenn ich dann Zeit finde. Ich finde, es ist ein sehr dankbares und ein sehr mütterfreundliches Gericht. Die meisten Kinder mögen Milchreis ganz gerne mit Zimt und Zucker oder mit Sirup oder mit Erdbeermarmelade oder mit roter Grütze. Oder wie mein Sohn, einfach nur mit Birne drüber geschnippelt. Und ich finde gerade an so Tagen, wo gar nichts geht. Meine Kinder nehmen zum Beispiel auch den Milchreis gerne mit zur Schule. Gerade wenn auch was übrig geblieben ist, freuen sie sich doch am nächsten Tag, dass sie mal etwas anderes mithaben, so außer Brot. Und natürlich kriegen meine Kinder nicht nur Brot mit zur Schule, aber es ist natürlich schon der Klassiker. Brot ist handlich, man kann es zwischendurch essen, man kann es sich auch irgendwie im Gehen reinstopfen. Weil sind wir doch mal ehrlich, auch in den Schulen gibt es nicht genug Zeit, um wirklich in Ruhe und Muße zu essen. Und schon gar nicht dann zu essen, wenn man dann Hunger hat. Deswegen braucht man natürlich auch was in der Schule, was praktisch ist, was lecker ist, was man schon auch relativ zügig essen kann. Auch wenn es sich jetzt irgendwie doof anhört, aber ist ja so. Und da finde ich Milchreis auch immer ganz gut. Und mein kleinster Sohn isst verrückt nach Brokkoli. Der darf hier nicht ausgehen. Den isst er am allerliebsten mit etwas Margarine und ein paar Mandeln. Bei dem Anblick zieht es allen anderen Kindern hier die Fußnägel hoch. Weil Brokkoli kommt hier eigentlich nur in Verbindung mit Pasta und Sahnesauce so ganz gut an. Aber mein Kleinster, der liebt Brokkoli über alles und dann soll er ihn bekommen. Also jede Menge Brokkoli in den Einkaufswagen bitte. Und was auch immer gerne mitkommt, sind Sherry-Tomaten. Wir essen hier sehr viel und sehr gerne Ofengemüse. Gerade am Abend ist es zur Zeit sehr trendy hier. Entweder Suppe oder Ofengemüse. Gerne auch mal in Kombination mit Reis. Das lieben die Kinder. Und Sherry-Tomaten mag ich zum Beispiel im Ofengemüse super gerne. Den Kindern sind die meistens zu heiß, aber ich finde die toll. Also habe ich die natürlich wieder eingekauft. Musst du mich kitzeln? Nein, ich kuschel mit mir. Du kuschelst mit mir? Mhm. Achso. Aber kuscheln kann ja auch mal kitzeln, ne? Du kitzelst jetzt. Okay. Aber ich bin gleich fertig. Musst du... Ja, so ist das. Du kannst dir kitzeln. Ja. Ja. Kann ich das Video jetzt noch zu Ende drehen? Mhm. Mhm. Ich werde das Video jetzt unter erschwerten Bedingungen zu Ende drehen, weil ich bin schon auch kitzelig. Kitzelig. Scheint sich jemand lustig zu finden? Mhm. 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 Okay. 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 Also er kitzelt mich und ich werde jetzt nebenbei dieses Video zu Ende drehen. Und was doch tatsächlich passiert ist, es sind mehrere Gewürze bei mir aufgebraucht worden. Ich finde das natürlich immer klasse. Ich habe eine riesige Gewürzschublade und eigentlich müsste ich bereits eine zweite Gewürzschublade aufmachen. Aber ich weigere mich, weil ich finde eine riesen Gewürzschublade muss reichen. Ich finde mehr geht gar nicht. Jedenfalls nicht für diesen Haushalt. Und mein rotes Curry war alle und habe ich sofort Nachschub geholt, weil gerade viele meiner Suppen sind mit rotem Curry zubereitet. Und auch gerade für Salatdressings finde ich klasse. Sobald grüner Blattsalat ins Spiel kommt, dann mag ich das sehr gerne abschmecken mit rotem Curry. Natürlich verwende ich viele Arten von Gewürzen gerne, aber rotes Curry darf hier überhaupt nicht fehlen. Lebensmitteleinkaufen liebe ich über alles. Jedes Mal muss ich mich wirklich sehr zurückhalten, um nicht den ganzen Laden aufzukaufen. Dieses Mal sind es diese schönen Dinge hier geworden. Und ich hoffe, dass euch mein Einkauf genauso gut gefallen hat wie mir. Schreibt mal runter in die Kommentare, was ihr am liebsten einkauft im Bioladen. Seid ihr eher so der Neuigkeiten-Sucher oder guckt ihr gerne am Gewürzregal oder sind euch Getränke ganz wichtig, so Säfte oder Softdrinks oder was gibt es da so Neues? Oder stöbert ihr vielleicht gerne vor dem Weinregal oder könnt ihr neue Eissorten nicht liegen lassen? Schreibt es mir mal runter in die Kommentare. Und den letzten Food Haul, den habe ich euch hier an der Seite verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns ja am Mittwoch schon wieder. Dauert gar nicht lange. Also startet jetzt gut in die neue Woche und wir sehen uns dann am Mittwoch.